Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Human Fall Flat. Wir haben mit dabei, wie man leicht an dem Assis-Ginner kennt, Leo. Und mein Sohn und an den Jerome. Ich bin der Wuffi. Alter, Leo, was hast du dir dabei gedacht? Jetzt mal ganz im Ernst, Alter. Guck dir mal, warte, warte, bleib mal stehen. Guck dir mal die Augen vor dir an. Scheiße, Alter, du bist genau richtig in der Gummizelle. Hier bleibst du auch. Hier, komm. Guck sie euch an, Alter. Das große Monster. Okay, hier müssen wir doch bloß die Stecker rausziehen, oder? Das ist doch easy peasy, oder? Was ist er denn hier? Er sieht aus wie der von Dirty Dancing. Ey. Nee, das habe ich nicht mal gemacht. Er war einfach so drin. Machen wir jetzt auf, oder nicht? Wir nehmen doch schon lange auf. Also wir nehmen schon mal auf. Ja. So, oh. Und jetzt? Weiß ich nicht. Ach, oh, ich glaube, wir müssen die Stecker mitnehmen. Ja, ich doch. Hä? Die alte Schlange auf der Schulter. Ey. Hallo, das Mann. Ich will das Ding an. Ich hab ne Schlange. Ich hab ne Schlange. Hast du jetzt in Rot reingemacht? Ey. Ich will mir das Ding jetzt. Das ist meine Schlange. Nein. Meine Schlange. Mein Kabel. Du kommst mit so einem dicken Schlauch gar nicht klar. Dinn, 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 dinn. Ich hab das nicht reinget. Ach komm, mach seiner. Ich seh nichts. Guck mal, hat jemand aufgemacht. Leo! Leo! Wuuu! Auuu! Wuuu! Hier die Tür laufen! Warte, aus! Aaaaah! Eins! Oder müssen wir das als Verlängerungskabel? Ne, ne, wir sind lieber zwei Pole hier! Drei! Plus und Minus! Vier! Ja, aber dann müssen wir nicht! Äh, aber die müssen wir bestimmt mitnehmen Irgendwohin! Ja, aber ich denke wir müssen die um die Ecke ziehen und das verlenken! Ah, das ist ne Box! Warte, wir müssen trotzdem die Box reinmachen! Warum? Stimmt, das ist ne Box, ja! Ah, ich hab's gehofft! Fuck, wir müssen erst mal die Box da hinschieben! Oh, scheiße, ich stecke im Fallschirm drinne! Pah! Ach so, ja stimmt, die Box! Was hast du denn da? Shit, Alter! Hallo! Hallo! Ich dachte, wir verbinden die, damit die lang genug sind! Guck mal, Leo! Leute, wir können verbinden! Ancelo, guck mal! Ich schieb grad ne Brücke! Guck mal, Alter! Guck mit! Wup, wup, wup! Schick den Arsch! Nein, ich bin der Fallschirm! Guck mal, die Bewegung sieht irgendwie falsch aus! Zeig mal, warte mal! Ich komm mit! Wuuu! Wuuu! Uuuu! Uuuu! Warte, warte, warte! Edi, lasse, los! Jake! ace! URG! Warte, warte, warte! These, they, 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 they... Oh yeaa... Wuuu! Nein, oh, ich würde mich noch festhalten... Oh, ich würde mir noch festhalten! • Ich würde juristisch, aber schwierig, immer mit meinem Kopfanfass okay... Aber streichen muss ich mich... Und ich würde es nur auf طf. wapoo? Wapoo? warte. John Cena! FÜR SPATA! John Cena! Wir sehen uns! Oh Leo hat es schon geklärt. Ach so, was? Oh ne jetzt ist es wie die Box wieder... Echt jetzt? Ja, damit wir es auf das Ding stellen können. Oh! Oh ich erwögen mich dir selbst... Einfach hier mal ranziehen! ja ich gehe da mal los war mit einem Einkaufs-Kopf woher er hat nach oben geht das nicht wenn ich jetzt so mache warum ich habe hier die Tür aufgemacht die geschehen Warte mal hier ist ein Schalter ich bin da nicht hoch nein ich habe mich umgelegt was ist passiert es geht es geht ein Rollband Leo hat eine Schlange gefunden mein Seil ich habe da hinten jetzt das Ding angemacht das Rollband ich komme und hopp also die Tür ist auf jeden Fall halb offen und hopp Leute Leute was denn ich schlappe die Tür aus guck sie ist noch nicht ganz zu wieso hast du die Tür so gemacht ich weiß gar nicht was ich jetzt machen muss hier ich muss da hoch da oben ist ne Kiste da oben ist ne Kiste da oben ist ne Kiste oh scheiße ich glaube ich hänge fest jetzt komm her Papi komm her Hallo wiii ich weiß es nicht ich wollte wieder zurück guck her guck hier ich muss hier wieder hochklettern und guck dann bin ich jetzt hier oben und dann springst du auf der anderen Seite rüber bumm ach so das habe ich gar nicht gesehen dass ich da ankomme ja dann musst du die Kiste hier her bringen irgendwie ja wuhuuu du darfst es nicht verkacken ne wir brauchen die Kiste wuuu wuuu passt rein nein oh 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 wieso ist die Tür jetzt so keine Ahnung oh ich schäme mich dazwischen ich schäme mich dazwischen Leo Leo komm rein ja ich ich schäme mich dazwischen ich schäme mich dazwischen ich schäme mich dazwischen guck sie euch an alter Mann hallo lass mein Schwimmling in Ruhe wir brauchen wieder am doch mehr da ist lange da geht's lang aber das herz alles alles wird gut Leo ich kann mit einem Scheiße ich kann mit einem ich kann mit einem Scheiße ich kann mit einem Kabel dem den wo der guck mal wie er läuft guck mal wie er läuft Scheiße das ist so geil das ist ja niemals ich bin traurig es wird alle so gemeint zu mir Ihr wisst ja gar nicht, was ihr hier eigentlich macht. Und Leo spielt nur an den Schnüppeln rum. Toll. Ja, wuhu. Ich will klettern. Na, wir müssen doch hier die Dinger wieder verbinden. Oh, Abi. Äh, ich weiß nicht, ich rüberkomme. Guck mal. Ja. Aber wie schwer hier das Ding aufmachen. Leo, komm, nimm die Schlange in die Hand. Oh, ich sehe, was hier passiert ist. Ich sag, nicht passiert. Ich sag nicht, was auf der anderen Seite ist. Warte, warte. Oh, 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 ich muss hier einmal in Lila rein. Darf ich das andere schon, äh, machen? Das andere Geheimnis? Nee, warte noch mal kurz. Ja. Du? Alter, das sieht so hässlich aus. Mach du mal da rein. Oh, ich? Hey, hallo? Äh. Geht's euch so schwer? Das Wetter mal fertig, Mädel. Arbeite für mich. Oh, Bäm. Hm, ein bisschen Saft drauf. Warte. Hui, hui. Äh. Äh. Wann kommt der nicht rüber? Wenn das hier mit dem Strom funktioniert. Na, der mit, der steht doch was mit Volt. Der Volt, also hier die Voltanzahl ist doch gar nicht richtig. Irgendwie zu gering. Aber wir haben Rot und Rot. Ich warte auf euch. Ich könnte jetzt einfach das nächste Rätsel weitermachen, aber ich warte auf euch. Oh, ist hier noch ein Kabel. Darf ich das nächste Rätsel machen? Ach so, ach so. Hier was machen. Papi, darf ich das nächste Rätsel machen? Nein, wir machen doch gerade eins. Nein, Angelo, wir müssen auf den Kasten mit den Beinen erstmal da rein. Das ist so leicht. Hä? Uh. Was heißt denn A? Na, Ampere wahrscheinlich. Ja. Also Stromspannung. Ja, dann müssen wir doch erstmal die rein. Aber wie kriegen wir denn jetzt? Komme. Warte mal. Warte mal. Ach so, warte mal. Ne, es geht auch nicht. Ne. Hä, was ist denn hier? Warte, kam das hoch. Ne, warte mal. Lass mal kurz. Warte, ziehen wir hier die Dinger raus. Wir gucken, dass es drin ist. Das will ich jetzt wissen, wie das funktioniert. Also da ist zu wenig Leistung. Mann. Raus mit Checker raus, würde ich sagen. Ja, geht gar nicht. Und wir müssen es mal da reinstecken. Das ist ja. Vielleicht muss die dann voll sein, die Box. Verstanden? Nein, ich schiebe die Box nicht. Was? Ich dachte, du hättest die Box fest. Nein, ich konnte ja nicht. So, okay. Jetzt, ja. Ich bereite schon mal hier das Ding vor. Warte, hör mal. Was sind beide Kabel? Äh, Jerome, das wird so nix und außerdem muss die Box da näher ran. Warte, da hast du gerade beide... Achso, ich dachte, du hast beide gleichzeitig reingesteckt. Nein. Äh, äh. Das ist... Ich geh da rein. Ja, meinst du, da ist jetzt mehr Ampere drauf, aber hier ist da... Achso, nee, warte mal. Hier ist Volt und da ist Ampere. Nein. Ja, aber ich... Würdest du mir die Box vielleicht laden? Jetzt? Guck mal, gut. Jetzt geht die runter, guck mal. Ja, die ist geladen, tatsächlich. Ja. Habe ich doch gesagt. Rimmst du jetzt auf? Er hat gesagt, habe ich doch gesagt. Ich habe doch gesagt, dass wir schlecht gefüllt werden. Gibt er gar nicht. Hä, habe ich doch. Was war ich? Genau. Ich mache einen Trickshot. Ja, Flicky. Das ist quasi eine Batterie hier. Ah. Kann meine helfen? Mann, Angel, durch der Knüppel. Papa, kannst du mir helfen? Wo ist du denn? Guck mal am Rand. Ich nicht. Hier am Rand in der Ecke, da, wo es komisch ist. Hallo. Ich bin hier oben unten. Guck mal. Red ich mal? Ich sehe dich auch nicht. Von der Tür aus geradeaus. Ach so. Ich bin hier in der Ecke. Sehst du mich? Ja, ich sehe dich. Hä, wirklich? Ja. Hä? Äh, wo bist du? Ich kann ja. Ich sehe dich nicht. Ach so, hallo. Jetzt helf ich mir. Tschau. Was ist denn da? Ich habe keine Kraft mehr. Was ist denn das? Ich habe das schon fast gemacht. Jetzt kommt hier mal der Mörser ran. Warte. Oh, passiert gar nichts. Mein Kopf hängt da fest. Guck mal, Papa, ich guck mal, wie lustig. Äh. Hey. Paul, guck mal. Du gehörst jetzt hier. Mann, hör auf sie festhalten am Boden. Und siehst du Schelle. Na, guck mal. Und ziehen. Er ist hingekriegt. Äh. Ja, der Mörser. Autofahren. Ich habe einen Führerschein. Ja, und jetzt? Warte, wir springen noch ein bisschen. Ui. Mach dir. Ui. Hä? Mach dir. Scheiße, wie du aussiehst. Alter, die stumme Beine da. Hey Mann, weißt du, wie schwierig das war die ganzen Skin-in-Hautschule, wenn dann von weiß? Hast du mal unter meinen Kopf geguckt? Ja, ich seh's. Was denn? Hast du nicht ordentlich gesund? Zeig mal. Nee. Zeig mal deinen Kopf an. Ich will zieh, ich will zieh. Leichte Pigment-Störung, Alter. Hey. Du bist besonders. Ich will Autofahren. Scheiße, die Fresse ist so geil, Alter. Bitte, erinnere den Skin-in-Hautschule. Weißt du, wie du mir den Augen gegeben hast? Ja, seh ich. Paul, der Chili. Oh, den Silberblick, ey. So, dann fahr mal. Den hat er nicht. Komm ich hier nicht drunter durch. So fährt man heute Tage Auto, Alter. Nein. Den ist gerade. Geht nicht. Oh, es geht. Komm mal, also. Wie hast du denn das jetzt geschafft? Den will lenken. Papi, Papi. Mein Arm ist so gut. Bam. Ich bin grad voll mit dem Kopf gegen. Juhu. Juhu. Überfahr dich. Ja, aber jetzt ist es um Warte. Dann müssen wir das Ding irgendwie hochheben, ne? Warte. Fahr mal weiter runter. Ich lenke und du fahrst. Ja, warte. Ja, warte. Warte. Du hast das schon gemacht. Warte. Komm dich mal nach oben. Vorgesst. Wuhu. Perfekter Fahrer. Jetzt guck mal. Ab in den Mörser. Juhu. Ja, so geht das hier. Nicht mit Quetschen hier. Du bist auch grad nicht hier, die sind hier im Spiel, also. Äh. Pass nicht durch. Hilfe, Papa. Hast du gerade was gegen meinen Schwimmring gesagt? Papa, Hilfe. Die Hänge sind... Der hat mich jetzt dick betitelt wegen meinem Schwimmring. Das ist nur los. Das Aussehen von dir dazu zu der Stimme ist so geil, Alter. Warte mal, warte mal. Und da meckerst du, wenn ich dich Oga nenne, Alter, ehrlich. Hey! Hast du auf meine Zähne geachtet? Bitte, bei der Tür. Ich häng fest. Du hast gar keine Zähne. Du hast Beinstumpen. Du hast einfach mit extra rote Zähnen geplant. Dann geh mal, bis du dich häng festst. Ich bin hinten... Ja, durch! Klara, komm, zieh mal. Ja. Du musst doch das Ding da runter machen. Warum? Was meinst du? Wir müssen die Platte doch da raufschieben, damit wir die da auf das Ding legen können. Nö, hoffentlich jetzt ist es offen. Eine Platte. Ja, die hier liegt. Angela! Lass mein Schwimmring los. Scheiße, Alter. Ich hab schon so viele Skills gesehen. Das ist mit Abschnitt der Häslings, Alter. Ich weiß dir. Ist das krass. Hey, was sollen wir jetzt machen? Was hat sie denn jetzt vor? Sie sieht überhaupt nicht zurechnungsfähig aus. Ich kann dir gar nichts glauben, so wie sie aussieht, Alter. Ohne Scheiße. Du musst gleich hochklettern. Dann kann man solche hochklettern vielleicht. Warum denn? Wir können doch hier so rein. Wir müssen hier irgendwas auf das Ding packen. Wir brauchen eine Kiste. Ach man, ihr Dusse. Hier. Ne, Mann, das kommt doch mal her. Ich hab doch schon gesehen, was wir machen müssen. So ist es. Äh, ja genau, mach ich mal noch ein... Nein. Was hab ich jetzt da unten gemacht? Mach mal zu, genau, okay. Aber dann kommst du nach dahin. Nein. Wir müssen hier die Kiste von drüben holen, ihr Nasen. Bin ich ja. Aber ich will nach da oben. So, ich will jetzt... Achso, nee, komm mal her. Komm mal her, das müssen wir als Team machen. Das kann ich gar nicht alleine machen. Äh. Uh. Ich brauche einen, der herkommt. Hallo. Wie geht's? Kommt jetzt mal einer? Wie geht's wieder unten? Nicht, nicht zumachen. Ich hab doch schon das Rätsel gelöst. Jetzt guck doch mal her. Kann mal einer hier rüber gehen, bitte? Das geht doch für die Zischopathin da hinten. Ich bin fest. Ich kann mich bewegen. Äh. Äh, Wuffi, das ist nicht dein Job. Meinst du? Naja, spielen wir da mit rum. Ciao. Es geht weiter. Ich mach mal eine Karte kürz. Ich kann auch mal her, ich trete dich. Huah. Ey. Huah, puh. Ein Schwimm. Ah. Ich kann mit. Doggystyle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wuhu. Okay, haben wir das Ding da oben gekriegt? Juhuuu. Juhuuu. Wir haben es nicht angemacht, oder? Äh. Drück mal den Schalter. Ah, ich kann nicht durch. Warte mal. Lass mal. Ich hab hier einen Schalter. Mach mal eine Schalter nach vorne. Mach mal eine Schalter nach vorne, Papi. Ich schreie da nicht durch. Papi. Ist das ein Schalter? Da? Ja. Äh, äh. Nein, Mann, die ist zu hoher nicht. Ich schiebe dich doch echt mal. Juhuuu. Oh nein. Nein. Das ist doch gut. Alles geplant, war alles geplant. Ja, und wer ist da drauf? Guck mal, der Hund steht da so, äh, was war der hier? Soja, oh mein Gott. Die Irre. Papa, ich mach ge... Oh, wie soll ich den Schalter ankommen? Huah, uuuh. Ja. Ja. Ich häng dran. Ja, warte, warte, bleib mal dran. Vielleicht können wir das irgendwie... Hast du mir gerade auf meinen Schwimmring geguckt? Ja, hatte ich. Warte mal, hier ist ein Schalter. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen. Ja. Nein, die Box fällt runter. Oh. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Oh mein Gott. Warte, ich mach aus, ich mach aus, ich mach aus. Warte. Aber wie soll ich jetzt rüberkommen? Du musst in die andere Richtung drehen, oder nicht? Kann nur einer. Ja, ja, aber jetzt rüberkommen. Hä? Ne? Ne, mach mal, vielleicht geht er dann... Warte. Nein. Pass auf, die Box auf, Jerome. Nein. Gib's nur an oder aus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielleicht umlenken? Ja, aber wir haben ja keinen Strom, wenn die Batterie ist doch drüben. Ah, ich hab eine Idee. Warte mal, ich hol die Kabel. Ja, wie denn? Ich geh auf die Box. Ja, ähm. Warte, ne, Andrew, das... Aber die Kabel alleine bringen ja nichts. Doch, da kannst du doch reinstecken. Ach, oh. Ja, was denn? Äh. So. Mach mal den Schalter nochmal an und bring mich mal hier hoch. Aber, Jerome, lass mal auf die Box aufpassen. Warte. Okay, ja, ich hol sie. Dann hol ich die Kabel. Ja, wir raufen und spring zu den Seilen. Hol sie runter. Jetzt hängt alles von Leo ab. Guckst du, wie sie dasteht, wie so ein Igo, Alter. Scheiße. Gehst du, gehst du auf und hol die Seile. Spring rüber. Zu den Seilen. Äh. Nicht mehr anmachen, nicht mehr. Hol die Seile jetzt. Äh, Mann. Was sei das? Mach mal an. Mach mal an, warte mal. Mach mal an. Du hast mich Yoga genannt. Guck dich mal an, Yoga ist noch ein Kompliment. Warte mal. Weißt du, wie viel mühe ich mich für dich, dass wir hier zusammen spielen können. Äh, ich bin fest. Okay, war voll schön aussehen. Ja, kass. Mach mal, mach mal, mach mal, lauf mal die ganze Zeit. Ich hol die Geile. Wuhu. Ähm, Angelo, du sollst nicht den Algen rammeln. Mach ich niemals. Ich hab ein Seil schon geklappt. Au, 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 au. Ich hol die, ich hol die, ich hol die roten. Oh nein, ich hab eine Hand losgelassen. Ich zieh nicht mit. Oh. Warte. Äh, ich, ich, warte, stopp, stopp, stopp. Ja, ich hab deine roten Seile und ich lass mich los. Oh. Oh nein. Ich hab beide. Natürlich gleich die Box, aber die fragst du jetzt, wie hol ich jetzt die Box da rüber? Ist das wirklich... Doch, man schafft es doch von da rüber zu springen, warte. Wui. Wui. Warte, ich heb hoch vielleicht. Ich halt gar nicht mehr fest. Ich glaub, meine Hand hängt. Ich hab mich eingeklemmt. Ich halt, ich halt gar nicht mehr fest. Ich hänge. Ich hänge. Nein, ich verlau... Was macht er denn? Sein Arm hängt hier, Alter. Was ist hier los? Guck mal, wie er läuft, Alter. Guck mal, wie er läuft. Scheiße. Oh, 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 oh. Ich krieg die Hand nicht raus. Sie packt fest. Scheiße. Dreh mal. Ich kann nichts machen. Dreh mal. Ich hab losgelassen. Ich mach nichts. Die Hand hängt. Dreh mal, vielleicht fall ich runter. Oh, dann musst du wieder hochlaufen. Dann kann ich ja vielleicht noch... Ich müsste irgendwie sterben, aber wie soll ich das machen, wenn ich hier festhänge? Die Hand hängt hier in der Ritze drin. Ich hab mich eingeklemmt. Ach, jetzt hat er... Er hat sich rausgepackt. Alles gut. Stefan. Hallo, Chiara. Wir haben jetzt schon eine Lösung für das Kistenproblem hier gefunden. Warte, mach shop, mach shop, Chiara. Mach shop. Warte, was ist denn hier, wenn wir hier... Du hebst hier nach oben. Unter. Du hebst hier so nach oben, vielleicht dann. Ach so, das ist hier die Übergeber, meinst du? Ja. Ich glaube, da muss Chiara mitkommen. Alleine schafft man es nicht, das hochzuhälen. Ich glaube, so hoch kriegt man es alleine nicht. Oder? Chiara? Rena? Äh... Scheiße. Chiara, du musst ihn hoch hier mit der Kiste hoch. Nee, das geht nicht. Chiara, geh dich hoch, dann zieh ich dich hoch. Komm her. Was machst du da hinten, du... Psycho-Olle, ey. Was ist da los? Bring mal hier rauf. Freu, die Bekloppte. Was haben wir uns hier mitgenommen, Chiara? Mit bei. Mann, scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bellen. Hallo, Chiara. Was machst du? Chiara, wir brauchen eine Lösung. Ich weiß nicht, sie soll hier ranzpringen. Dann zieh ich mich hoch, dann zieh ich hoch. Ja, wer macht das Ding hier dran? Ja, komm, jetzt zieh ich noch den Finger hoch. Aber erst mal ran gesprungen und dann die Frage gestellt, Alter. So geil. Ich geh auch nochmal an. Warte, ich mach das mal, okay? Ja. Was ist das? Genau, ich mach jetzt an. Ah. Oh, ich hab auch an meine Hand einen Strichhautfarbe vergessen. Wie geht das? Warum gab es keine Hautfarbe? Das ist das Hanno, das ist noch... Oh, äh. Oh. Okay. Na, mit Shanti nicht dabei, macht das Leo. Ja, wie wird das denn mit Shanti und Eleo? Oh, da wird es lange dauern. Ah, okay, warte, ich zeig jetzt mal, was ich machen will. Glepp da drauf. Glepp da drauf, warte noch nicht. Ach, warte, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ich halte mich mit einer Hand an dem... Nee, 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 nee. Warte, 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 Jerome. Jetzt weiß ich, wie wir es machen, ich weiß es. Warte. Warte doch mal. Ja, ja. Ja, ah. Nein, hau mal ab hier, ich weiß schon, wie. Ich weiß es auch, wie. Ich weiß es, ich weiß es. Erstmal das Ding hier drauf stellen. Guck mal, guck mal. Ich mach so ein bisschen Druck drauf, weil guck, ich wollte so machen, guck mal. Das wollte ich gerade die ganze Zeit machen, guck mal. Du bist ja da drauf und ziehst mich nach oben. So, jetzt mach, jetzt mach an. Jetzt nur noch, muss nur noch. Sag stopp dann, ich seh das nicht. Warte, ich hab dich fest. Wuuuuh. Nein. Stopp. Oh, ich bin zu gut. Ich nehm blau. Für Juni. Ich nehm rot für Liebe. Aber das ist ja auch nur Volt, oder? Da laden wir es doch nur auf. Oh, na egal. Ich glaube, wobei die Batterie könnte dadurch auch aufgeladen sein. Das andere war Ampere. Ich krieg's hier nicht hoch. Oh, komm schon. Ansonsten ergibt das Sinn, weil da hinten wir auch noch so eine Anlage. Ja, warte. Weiß das Loch. Äh, was? Warte. Ja. Denn da. Doch langt. Ja, ne? Ah ja, genug Power, die war geladen. Ich komm nicht da durch. Sag mal, kannst du mich mal hier mit meinem Kuhn? Hör mir den Halt. Ja. Stimmt, ich mach's echt mit dem Hals. Oh, ich mach den Tango. Ja. Geil, wie heißt das nochmal, wenn man mit der Stange tanzt? Limbo. Limbo, genau. Limbo, dance. Limbo, dance. Guck, jetzt sind wir wieder hier. Hä, aber warum? Hey, jetzt sollen wir hier die Box mitnehmen. Achso, ja, jetzt können wir genau die Box hier ran. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Vor allem mal ploppen mit dem Kopf dagegen, ne? Schön hohe, die Birne. Einfach Kiste. Was sollt ihr machen? Wieso, es stinkt so. Äh, äh, hä? Hä? Achso, hier rückwärts. Rein. Mach nicht die Batterie leer, du. Äh. Ich bin hier ganz allein. Ich bin hier zu fett. Hilfe. Ja. Äh. Was macht ihr denn jetzt da? Ich bin auf der anderen Seite. Ja. Hallo. Wie kommt das? Was macht ihr denn da? Nee, warte, warum lasst du los? Papa, lebt hier. Nee, er grad so, dann dreh die Kiste nochmal. Nein, warte, stopp, ich will mich wieder raufsetzen. Ich will mich wieder raufsetzen. Und ich grad so, jetzt trag mich. Und einfach, wo die... Mit deinem Stubbelbein, Alter, das sieht aus, Junge. Oh. Die guckt. Oh, ich bin weh. Oh, und was für ein betopptes Spiel, ey. Hochlustig. Woo. Was machst du da? Leo. Psycho Leo, einmal zurückkommen. Ey, wir kriegen das nicht wieder. Also, zumindest nicht hier. Einmal komm. Ey. Lass mal in Schlimmern, Ruhe. Nein. Ich hab da sowas braunes zwischen die Beine gemalt. Echt jetzt? Das ist der Inkontinent, ja? Warte, zeig mal. Mach doch einfach zwischen die beiden Po-Backen. Ich weiß es nicht, ob man das zeigen kann. Warte. Kann man zeigen. Das ist gültig. Siehst du das? Ab 16 Jahren. Stinkt auf jeden Fall. Nein. Hast du lange nicht mehr sauber geputzt. Ich hab's mal hier. Ich hab's euch hoch. Hat da gefallen. So, jetzt hier einmal. Ich bin bereit. Ich brauch's nimmer als Schwimmring. Alter, scheiße. Der Kopf. Voll wie so eine Horrorfigur hier. So Exorzismus, Alter. Oh. Guck mal. Guck mal hier oben. Wie ist der Stecker falsch jetzt? Stopp. Komm mal. Komm mal auf die Mauer, bitte. Guck da. Guck nach oben. Nichts auf die Mauer. Nein, nein. Wo ich hingucke. Wo guckst du denn? Du schielst, Mann. Weiß ich doch nicht, wo du hinkommst. Ich hab da. Drum mach. Hey, was ist denn? Ja, mach doch mal das, was du eben gemacht hast. Warte, ich komm, versuch's dir. Siehst du das? Hallo. Hallo. Wie geht euch schickern? Mein Name ist Incontinenter. Incontinenter ist auch gut. Hey, warte. Ah, jetzt ist... Was ist zwischen der Po backen oder so? Ich hab's auch nicht gesehen. Kacke soll da sein. Hey, wo, wo? Wahrscheinlich wollte ich nur mal, dass irgendjemand unter den Schwimmring guckt. Wo? Hey, wo? Ich krieg's nicht hin. Die fällt. Ich krieg's nicht hin. Ah, jetzt. Oh, ich krieg mir eine Hand nicht raus. Wo hinkie die Kacke dran? Hm, boah. Ich schmeck's schon in Kohle. Ja, Auto fahren, aber erst mal. Kohle reinpacken. Hallo. Ich geh mal rein. Ich will mich mal freuen. Aber die hier sind ja noch gar nicht warm. Papa. Papa, ich bräum mich mal, okay? Ich schmeiß mal Chiara da rein. Die ist noch nicht ganz braun. Die ist an manchen Stellen noch weiß. Papi, ich bräum mich mal. Boah, Alter, wie in der Sauna hier. Boah, stinkt das hier. Oh, mein Geruch. Nee, Chiara. Bäh. Ich seh dich, Papi. Hallo. Bitte mach nicht die Tür zu. Hier, bitte packen die alles in mein Haus rein. Ich nehm's schon. Boah, ich muss mal hier lüften in mein Haus. Das ist nicht so schwer. Ich hab den Zautgang an, fern mir gerade auf. So die Musik. Ciao, ciao. Papa, guck mal raus. Dann guck mal raus. Ciao, ciao. Dann guck mal durchs Loch. Ciao, ciao. Ich geh aus mein Haus raus. Ich geh'n fest. Ich geh'n fest. Hallo. Schoen Untertitel. Und? Wer fährt da schon? Chiara! Ich komm' rauf! Nein! Nein, ich fahr'n! Nein, ich fahr'n! Er fährt wieder zurück. Au, nein, du überfährst mich gerade. Fährst du? Jetzt komm' raus, das Auto. Ich such' mal Feuer, Leute. Ihr sucht Kohle, ich such' Feuer, okay? Oh nein. Ich hab' voll ne Pulle. Nein, das ist ein Gang, ja, und das ist ein Gang. Was hat es jetzt gebracht, dass wir jetzt das Ding geheizt haben? Keine Ahnung. Ah, hier, guck mal, hier ist eine Fülle. Komm, wir zum Auto hier. Hier ist ne Tankleiste. Komm her. Komm, wir zum Auto. Ja, ich komme. Guck da, Chiara, siehst du aus, ne Tankleiste ist gefüllt. Ja! Kein Auto fahren! Nein! Nein, ich häng' hier. Was machst du, Chiara? Du bringst mich um. Guck mal nach links. Du zerquetscht mich gerade. Chiara, ich bin zwischen dem Reifen. Ich bin der Reifen. Nein, ich will da hoch nach fahren. Nein, noch nicht, noch nicht. Aber ich will, dass dein Lektor... Alter, das ist dir scheißegal. Ich bin hier vor am Krepieren. Guck mal hier, Papa. Papa, guck mal, hier ist die Tafel. Nein, noch nicht, noch nicht. Wachen! Lütze, nein, noch nicht. Ich bin nicht weg. Ja, noch nicht. Ich will fahren. Da unten ist noch ein Gang. Da unten ist noch ein Gang. Nein! Ja, nein! Hallo, Leute! Da unten ist noch ein Gang. Aber wir haben das Ding noch nicht heiß genug. Warte, Leute. Wir können da gleich wieder zurück. Nein, da unten ist noch ein Gang. Ach, wir müssen mit dem Auto zum Kohlewerk da hinten fahren. Müssen wir Kohle holen. Nein, da unten ist noch ein Gang. Ich habe ein Rögen Schaft reingeschaltet. Autofreak. Nein! Habe ich gelesen. Ich auch. Hilfe! Warte, warte, warte. Ich lenke mal hier. Frauen haben... Nein, lass doch mal. Jerome, falsche Richtung. Da unten ist noch eine Fabrik. Ja, guck mal, da ist noch ein Gang. Oh, nicht, noch nicht, noch nicht. Wir müssen noch einen Gang da suchen. Guck mal, da unten ist eine Fabrik. Ja, da ist, glaube ich, auch einer. Aber guck mal, hier ist ein Gang. Ja, dann geh doch da hin. Ich mache Hilfe. Ich mache Hilfe. Ich fahre jetzt Auto. Ich habe gesagt, hier ist was. Fahren Sie nach hinten! Nein, Papa! Komm, bitte nach hinten. Bitte lasse ich mich nicht wieder am Stich. Genauso wie im Wasser. Guck mal, ich fahre jetzt hier. Papa hat sie drauf. Ich will es hier nicht alleine machen. Papa, bitte, ich war auch faul. Na, wie langsam. Ja, dann machen wir es halt hier mal mit der Kohle. Ja, es ist so, ich habe Kohle. Hallo! Hallo, ich fache dich an! Wer? Ja, mach die Kohle da rein! Mach die Kohle da rein! Nein, ich habe die doch extra rausgeholt. Willst du mich verarschen? Du musst die doch reinpacken, Dulli. Hast du die jetzt aus meinem Kessel rausgeholt? Aber ich habe doch drei Kohle-Stücken reingepackt in den Brennen. Wer brennt denn da? Ich. On fire. Fire! You are on fire! Oh, 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 ich stütze dich ab. Ich meine, ich wollte fahren. Ja, dann komm doch her. Ich muss dir hier das gerade klären. Weil du ja einfach losst jetzt ohne uns. Du alleinlinger. Naja, ihr lauft ja schneller, als ich fahre. Ja. Ich wette, er kriegt noch einen Toru-Gang. Das tut mir jetzt so mehr. Und, fuck it, weg damit! Oh nein! Und Chiara, wir müssen hier einholen, jetzt hier nach hinten. Dein Unfall. Chiara, wir müssen schnell fahren! Oh nein, ich muss mehr lenken. Chiara, wir müssen schnell lenken! Guck mal nach hinten! Mama, du siehst aus wie so ein Urzeitmensch rum. Minder-Albisch-Pressi-Tolle, ey. Guck mal, hier mit den Messgabeln, hier. Von den Bauern-Messgabeln. Hey, ich muss hier gerade voll rangieren, Leute. Pa, guck mal nach hinten. Hier mit den Messgabeln. Verbrett die Hexe! Verbrett die Zischo! Wir kommen noch! Feuer weg! Zünd Leo an! Oh nein, wir hätten das doch für die anderen Ulfen gebraucht zum Anmachen. Jetzt weiß ich nicht an. Ich hab's alle angemacht. Achso. Ich komme! Feuer! So, Jerome fährt zurück und ich und Leo setzt uns hinten auf den Auflieger. Achso, das geht auch? Wieso eier ich denn hier so rum, wenn das so schnell geht? Du musst gleich Stopp machen! Du musst ab, Anno! Warte! Warte, ich krieg die Knippe nicht! Oh, da ist ein Schweizer, das ist zu viel! Stopp! Du musst hier nach vorne! Warte, warte. Sag mal Stopp! Ich sag mal Stopp und keiner kümmert sich hier drum, was der Papa sagt. Ist ja klar. Oh, da ist Kohle! Nein! Warum haben wir denn das Auto jetzt hergefahren, wenn da einer steht, Alter? Jetzt mal ganz im Ernst. Müssen arbeiten. Soll ich, die fahr ich auch nicht rückwärts zurück, das kannst du vergessen. Nein, du hast jetzt hier, komm, hast du das jetzt noch eigentlich hingeparkt? Wir müssen jetzt irgendwie die Kohle auf das Laufband bringen hier. Ja, hier ist's doch. Du musst erst nur in die Höhle gehen. Ja, mach ich doch jetzt. Papa, ich bin auch Kohle. Guck mal auf, schnell. Komm mal schnell, komm mal schnell in die Höhle. Ich bin Kohle. Ey, ich muss auch umgetragt werden. Keine Ahnung, ich fahr'n, was machst du? Leo, sei mal produktiv. Wir brauchen Kohle. Ich hab'n kaputt. Ey, komm in die Kohle. Ja, was machst du? Dann bitte fährst du noch rein. Ja, dann können wir schnell Kohle da raus. Nein, wir sollen das doch nicht in dem Auto reinpacken. Die Kohle kommt jetzt schon, ne? Ich hoffe, dass da jetzt ein Auto drunter steht. Was machst du da? Sonst kriegen wir die Kohle da nämlich nicht rein. Mach das vier Haare. Ja, ich hab' auch voll die Trauermusik. Irgendjemand wurde verbrannt. Nicht eben verbrannt. Warum mach ich jetzt eigentlich alleine die Kohle? Wir sind zu dritt. Ja, ich musste gerade das Auto packen, weil sie sich zerstört hat. Ey, kannst du auch zwei Kohle nehmen. Guck mal so. Mach ich doch. Oh, gar nicht. Guck mal so, dann hast du eine in der Hand. Bam! Manchmal wist man halt nur eine. Mein Kopf ist auch ein Stück Kohle. Hey, zeig mal. Hä? Aha. Was trinkst du? Kohle, zwei. Bam. Energy? Mm-mm. Energy life. Cola? Mm-mm. Malz Bier? Wasser war es garantiert nicht. Mm-mm. Wuhu. Bier. Erstmal ein Pilz aufgemacht. Ich meine, ja, helf uns. Alter, was macht die? Wie nachsteiger, äh, wie nachsteiger, äh, die 90er, Alter. Die Männer müssen arbeiten und die Frauen müssen putzen, aber die putzen überhaupt nicht. Nee. Die müssen nicht die Männer. Ja, das ist faul. Die fährt lieber Traktor. Sag ich jetzt nicht, du bist gefahren damit wirklich. Sag ich jetzt nicht, du bist weggefahren. Nein, das war's noch ziemlich schwer. Wir sind in ein Auto gefahren. Wir arbeiten die ganze Zeit hier. Wuhu. Und ein paar fallen runter, wenn wir die zu sehr an den Rand packen. Kohle wieder zwei, siehst du? Wo macht er das hier, Papa, hier? Ja, ja, ja. Oh. Die weggeschwitzen. Ja, genau so. Die Kohle hängt da fest. Die Kohle retten. Die Kohle hängt da fest, Papa. Ich weiß noch nicht, ob wir die ganze Kohle brauchen. Wir haben vorhin drei gebraucht, aber da war er ja auch schon an. Aber jetzt schiss, dass wir zu wenig mit dem nochmal neu fahren. Da war aber auch schon viel drin, da war auch schon viel drin, Papa. Ja, ich hab halt schiss, dass wir das jetzt machen und dann ist es nachher zu wenig. Eigentlich würde ich den Part schon beenden, ey. Wir sind schon bei fast 40 Minuten. Schlimm. Ob der überhaupt hochladbar ist bei unseren Sprüchen? Kannst du ja kacken. Also ich warte darauf, bis ihr seht, was ich hier mache. Ich hoffe, du machst nichts. Mit etwas Sinnvolles, was du machen kannst. Nichts. Doch bei uns, bei Kohle helfen. Das ist ja sinnvoll, doch. War die Kohle? Ja, wir machen das hier voll alleine. Hab ich gerade Kohle gehört? Ja, Kohle. Aber keine zum Ausgeben. Oder doch, wir erzählen mal. Kannst shoppen gehen, komm her. Kann so viel einpacken, wie du willst. Ich häng's fest. Nee, nee. Außer ihr geht für mich shoppen, dann ja. Ja, wir gehen hier gerade für dich shoppen hier. Komm her. Sie muss eigentlich ein Ritter hier helfen, Alter. Weiß gar nicht, müssen wir ja wirklich alles machen? Was ist das? Ja, mit Sicherheit. Oh, Dankeschön. Was denn Dankeschön? Ja, warte. Hast du Essen bekommen? Süß. Komm, ich kann Essen. Oh, hier. Äh, komm da nicht ran. Ich komm nicht an die Kohle ran. Nein. Wir haben fast die ganze Kohle weg. Und dann möchte ich aber fahren. Eins gibt's ja zwei Autos. Chiara, bist du bei mir oder bei meinem Papa mitgekommen? Wir haben ja nur eins. Ich dachte, ich entspann mich jetzt. Bin in der Hänge gekommen. Oh, Papa, lass mal so liegen. Wir sind jetzt echt die Kohle. Wie hab ich das letzte Mal gemacht? Mit, äh, also mit X oder Y irgendwie. Wir sind verbuggt, guck mal. Juhu. Äh, dräng ich fest. Krupa, ich will nicht sterben. Ach, stellt sich immer wieder automatisch hin? Nein. Nein. What the fuck ist die Kohle? Der hängt schon Kohle fest. Der hängt doch Kohle fest. Guck hier, guck, hier ist ein zweites Auto. Das ist mein. Ja, fährst du jetzt, Leo? Mhm, ich bin schon auf dem Auto. Hier hinten ist eine, hier hinten ist eine Straße. Auf dem wir füllten. Aber wo bist du denn hier? Unter den Stein oder was? Scheiße. Scheiße, hängt fest, Papa. Er hat mich am Anfang da reingelegt, dann kam die Kohle auf mich draufgeprabbelt. Ja, guck mal, hier ist eine Straße, Papa. Lass mich hier langfahren, was Neues. Achso, können wir vorwärts fahren, bist du dir sicher? Ja, guck mal, hier ist eine Straße. Oh, scheiße, ich habe einen Umfeld. Papa. Wie ist Kohle? Hör mal, mein Kopf. Hör mal, Hilfe. Papa, Hilfe. So, warum ist das so schwarz? Kacke. Das ist vorhin auch schon. Ja. Ey. Ich kann nicht, Schatz, wir haben hier den Kohlewagen. Was machen wir jetzt? Kann ich da hinten auf der Straße? Sicher, dass es geht? Ja, hier ist eine Straße. Aber ich sehe hier nur eine Straße, ah, nee, doch nicht. Hier ist eine Straße, hier geht es lang. Ja, dann fahr mal dein Auto weg, ich komme. Weitere schon. Oh, Turbogas. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Ah, Ah, Umfeld. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Sorry. Du darfst keinen Unfall bauen, ne? Wenn wir mit dem Wagen runterfallen, ist alles im Arsch. Papa, Hilfe. Alter, sagt die, die hinten in der Kohle hockt. Papa, die haben Unfall gebaut. Ich bade mich in Geld. Ja, Jerome, ich hoffe, du bist nicht auf der Straße. Ich muss jetzt da nämlich gleich lang schippern. Äh, doch. Und wenn ihr einer Gas geben könnte, wäre das auch voll cool. Habe ich mir wieder ein Team ausgesucht hier, ey. Oh, mein Gott. Ich versperre die Straße. Oh, scheiße. Was klingt denn? Ich versperre die Straße. Guck. Das ist Leo, alter Shanti. Warte, warte, warte. Habe ich, Alter, habe Gas, Alter. Was? Dieser Halt, sich um Bad. Du siehst aus, Alter, das geht gar nicht klar. Scheiße. So was hässliches. Ich kann deine Freude machen. Okay, komm. Gib Gas. Papa, guck mal am Lenker gleich. Ja, ich sehe es. Ich bin hier fest. Warte, Jerome. Wo seid ihr? Seht ihr mich? Lass das Lenkrad los. Hallo. Die Schupparten dürfen nicht ans Steuer. Hallo. Hast du es ja weit geschafft mit deinem Wagen. Vorwärts. Ich mach Tomomus, okay? Warte mal. Nein, nein. Ey, wenn wir jetzt echt ohne Scheiß, wenn wir den Wagen jetzt verkacken, ist die ganze Kohle weg. Money, money, money. Ich muss jetzt hier so dicht an dem Abgrund fahren, weil du hier das Auto zerlegt hast. Oh. Ja. Komm ich hinten rum? Nee. Tiara, versuch das andere Auto noch hinzukriegen. Nee. Du lenkst ihn. Ja, es ist gar nicht so einfach. Darf ich lenken? Nee, lieber nicht. Hahaha. Der geht nicht überhaupt nicht. Ja, guck ich jetzt auch so den Turbo-Modus an. Deswegen. Ja, mach Vollgas. Sicher nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. Mach's doch, Mann. Da hinten rein. Nicht hier nach vorne. Oh, oh. Ich will das in deiner Richtung sehen. Ey. Oh, oh, oh. Warte. Warte. Und Vollgas. Warte. Vollgas. Hallo. Jerome, Mann, du musst doch das nicht mehr. Jerome, geh ans Gas. Mann, Jerome, wenn ich jetzt verkacke. Das ist voll schwer mit dem Lenken. Jerome, du musst im Notfall die Bremse drücken können. Ja, nicht jetzt. Im Notfall. Warte. Warte, hier muss ich noch vorsichtig machen. Hier kommt noch Koma. Nein, komm nicht auf diesen Psychopath da vorne klar. Komm, wie sie da vorne hängt. Ich kann nicht mehr. Scheiße, ich hab so Tränen in die Augen gesehen oder verschwommen. Juhu. Oh. Scheiße. Alter. Alter, so hässlich. Hallo. Komm mit. Oh, ich kann doch nicht mein Auge wegwischen. Wenn ich jetzt nicht lenke, dann krachen wir wohin. Oh, 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 oh. Uts. Uts. Oh, Hilfe. Hallo. Oh, ich hab Lieferjungen bekommen. Ich auch. Stopp. Ja, 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 ich kann doch nicht stoppen. Wie soll ich denn stoppen? Ja, ja, ich bin doch am Auto. Oh, 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 oh. Ich bin doch am Auto festgepackt. Golle. Oh. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel. Hallo. Fahr doch nicht hinfährst. Ich hab gerade gesagt, ich bin doch am Auto festgepackt. Du fährst rückwärts. Doppelt hält besser. Ach, damit sie auch ganz sicher tun. Hallo, mach doch das hier. Warte mal, Papa. Komm mal, Angelo. Warte mal zur anderen Seite. Warte, warte, dass ich... Warte, stopp. Zu viel, zu viel, Papa. Ja, warte doch mal. Mann, ey. Das ist nicht so einfach. So, jetzt. Oh, ich heil so. Nicht, nicht, hallo, nein. Wie geht denn das? Nicht jetzt, nicht jetzt. Der ist ein Scheiter. Auf weiterfahren mit dem Scheiter. Ist gar nicht wo der ist. Der ist an der Seite vom... Achso. Du bist vorbeigelaufen. Warte mal, ist krass noch. Oh, woher nach unten ist denn Anna? Geh weg, du Olga, du Olga. Ja, alles fährt runter. Money, money, money. Jo, ist der treu. Hallo, wir werden die Zeit warm. Ja, oh, es wird heiß. Das ist mir gara, hui. Nice. Hada, zieh mich hier rein. Ui, heiß. Ich rede für dich. Oh Mann. Halt dich fest. Ich bin erster. Ey, ich mach uns das letzte Kohlestück. Leute, wir sind ordentlich. Wir machen die Türen zu. Wir sind ordentlich. Kann ich mir meine Tür zumachen? Ich bin im Haus. Geh, ja, mach ich. Hätten wir gar nicht so viel Kohle gebraucht. Haben wir alles umsonst mitgenommen? Echt jetzt? Papa, tschüss. Ciao. Geh nicht zu. Wo bist du denn jetzt? Hey, wir müssen die Kohl... Hallo, wir müssen die Tür zumachen. Wir sind ordentlich. Was machst du da? Hey, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ab in den Ofen und da bleibst du jetzt. Keine Angst, ich isst doch keiner, so wie du aussiehst, Alter. Das Auge isst auch mit. Hilf mich hierhin fest. Selbst die Ratten haben ihren Stolz. Hilf mich, Papa. Ach, doch, hallo. 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 Ich bin ganz ordentlich. Ich bin ganz ordentlich. Ich bin ganz ordentlich. Ich bin ganz ordentlich. Hilfe, Papa. Du bist so gruselig. Ich schwöre, voll der Exorzismus bei dir. Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Papa, hilf mich bitte. Hilfe. Was denn? Hilfe doch. Ich bin ganz ordentlich. Hey, guck mal, wie viel Kohle wir eingepackt haben und wir hätten es gar nicht gebraucht, ey. Wir sind so doof. Leute, wir sind ordentlich. Ich mach dich hier so gut. Kuss los. Haben wir es jetzt? So, er qualmt er hier ordentlich so, nu? Da ordentlich war ich schon, da ist nix. Hier vielleicht. Na, was muss jetzt passiert sein, weil wir jetzt das Ding anhaben? Hier, guck mal, Papa. Ich kann fliegen. Ja, guck doch auf. Stimmt, das war's, die Turbine. Achso, wir müssen uns da rüber. Äh, genau, da rüber schwingen mit denen. Chiara! Wuhu! Oh nein, Scheiße, ich hab's verkackt. Kekiau! Komm rein! Wir müssen da rüber schwingen, von links zu links. Meinst du? Ja, ganz sicher. Ja, ja, guck dich mal an, Alter, wie du aussiehst, wenn ich dir irgendwas traue. Hilfe, Papa! Nein, Leute, oh, Mann! Was machst du? Ey, Mann, wenn wir einmal abschnitten, können wir alle Dinger zurück... So, dann kannst du mich jetzt mal auf und hochzuheben. Guck mal, wie die Dinger... Dort die Dinger, halt, haben wir eine Ballerina. Oh, ey... Nimmst du nicht mit? Chiara! Kannst du auffliegen, zu wenig? Wuhu! Komm schon! Oh, mein Gott, das ist krass. Oh, mein Gott, ne? Nein! Sagt er, wie soll ich denn da rumkommen, bitte? Achso, da auch. Wuhu! Das wird jetzt was. Wuhu! Was soll das denn von mir? Komm schon, komm schon, komm schon, ganz vorsichtig. Das schafft Chiara niemals hier. Ich seh's! Oh, ich hab's geschafft. Sorry. Mann! Ja, ich wusste nicht, dass da das Ende ist. Aber doch, da war ja ein grünes Zeichen. Da ist doch das Zeichen! Das Ende-Zeichen! Oh, jetzt können wir uns gar nicht richtig verabschieden, oder doch? Nein, da hab ich das Ende gesehen. Ja, ich wusste nicht, dass da Ende ist, Mann. Ich bin in der Turbine. Ich auch noch in der Turbine. So, dieses Level haben wir auch noch nicht gemacht. So, müssen wir uns noch verabschieden, ne? Was für ein Psychopath, aber ich glaub, den schneid ich zusammen. Wir laden noch. Echt? Das steht schon hier bei mir. Hallo! Wählt ihr euch kurz hin und sagt noch tschüss? Warte, warte. Mach das aber hier am Rand. Guck mal, hier ist eine schöne Aussicht. Oh ja, das stimmt. So, hey, hat's, was geht ab? So, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben hinschmettern. Und, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich auch abonnieren. Solltet ihr Geld sparen wollen, klickt auf meinen Mboga-Link, dort kriegt ihr Spiele krass rabattiert. Und ich krieg ein kleines bisschen Provision. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und die beiden Verrückten sagen wahrscheinlich auch noch mal tschüss. Ciao. Geil. Und noch einmal tracken, komm. Warte, es ist gut. Warte, es ist gut, warte, es ist gut, ich will es anders machen. Es ist gut. Au, 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 au. Heute hab ich einen geilen Move gemacht, wie hab ich denn den hingekriegt? Ich weiß, wie war denn das? Den überkopf, du musst nach unten, ne? Und dann drehst du dich über dich selbst. Papa, ich muss noch mit Blickern, bevor ich gehe. Jetzt hab ich was. Bevor ich gehe. Oh yeah. Ähm. Wie kannst du das machen? Wie machst du das? Wie machst du das? Wie kannst du das? Das ist der Kreuzschritt. Wie macht man das? Ich will es auch machen. Hahaha. Ja, was machst du von hinten? Papa, bevor ich gehe, muss ich noch einen Trick machen. Warte. Bevor der Park zu Ende geht, muss ich noch was machen. Ja, abhauen. Boah, ob ich das denn schaffe? Lass mich los, Papa. Bevor ich gehe, haha. Nö. Warte, Papa. Papa. Wollte ich euch noch was machen. So, mach schnell, ich wollte es aufhören. Und? Wuuuuh. Okay, macht's gut, meine Lieben. Bis dann, bye, bye. Oh, gut, bis dahin. Wollte ich euch noch was machen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020